In diesem Video werde ich meine Jackie von 500 Pokalen und Rang 20 auf Rang 30 und somit 1000 Trophäen pushen. Es läuft gerade noch ein Gewinnspiel für jeden, der den Creator Code Pookie eingibt und sich im Shop was mit Juwelen kauft. Und zwar könnt ihr jeden Tag bis zum 31.03. eine 100€ Google Play oder iTunes Karte gewinnen. Das ist auf jeden Fall eine Menge. Wie kann man bei dem Gewinnspiel mitmachen? Du musst einfach den Creator Code Pookie im Shop eingeben und einen Kauf mit Juwelen tätigen. Das Ganze filmen per Bildschirmaufnahme oder von einem anderen Gerät und auf Instagram in die Story posten und add Pookie9 markieren. Jeden Tag um 0 Uhr wird dann ein zufälliger Gewinner gezogen und jetzt viel Spaß mit dem Video. Yo Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Pookie. Schön, dass ihr da dabei bist und heute gibt es mal wieder eine neue Folge Brawl Stars. Was geht ab, Leute? Ich bin hier auf meinem Main-Account, der übrigens noch Porky stinkt heißt. Aber wo wir gerade schon dabei sind, kann ich den tatsächlich wieder ändern. 150 Gems kostet der ganze Spaß wieder. Ups, nicht falsch schreiben natürlich. Und ich nenne mich einfach wieder ganz normal Pookie, damit endlich meine Mates wieder denken. Ich bin normal und nicht irgendwie ein Vollidiot. Okay, let's go und der Name wurde geändert. Wir nehmen natürlich auch wieder eine angenehme Farbe. Nehmen wir einfach ganz normal hier weiß. Und ich nehme wieder den Boxer als Profil bereits Avatar. Beziehungsweise heute für die Folge könnte ich auch einfach mal Jackie nehmen. Wählen wir einfach mal Jackie aus. Let's go, denn ihr habt es ja schon gehört und gesehen. Ich will jetzt Jackie auf 1000 Pokale pushen in diesem Video. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr lange dauern. Und ja, ich denke mal, das Video wird auch ein bisschen länger. Deswegen lehnt euch auf jeden Fall zurück. Holt euch Popcorn, genießt die Show. Ich werde euch auf jeden Fall so die Highlights, Trickshots, krasseste Games und whatever zusammenschneiden. Bis wir dann schlussendlich bei 1000 Pokalen sind. Und ey, ich sage euch jetzt schon, Leute, das wird so lange dauern. Deswegen würde mich das auf jeden Fall freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Und gerne auch mal ein kostenloses Abo. Ja, weil ich denke mal, das wird auf jeden Fall mal mindestens 5-6 Stunden dauern. Ich weiß es nicht. So, Leute, ich bin jetzt hier mit Emil in der Lobby. Emil wird mich jetzt auf jeden Fall hier ordentlich durchcarryen, habe ich gehört. Na, Emil, was sagst du dazu? Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ja, was geht? Ich freue mich, dass du so neust. Ja, ey, ich hoffe es auf jeden Fall. Ne, Spaß, aber Leute, wir kriegen das auf jeden Fall hin. Nachher kommen auch noch High First und Anubis teilweise dazu. Die wechseln sich so ein bisschen ab. Werdet ihr eh alles sehen im Laufe des Videos. Und Emil wird mich jetzt hier von 5 bis 1000 unterstützen und dabei sein. Und deswegen, Leute, könnt ihr auf jeden Fall mal gerne bei Emils YouTube-Channel vorbeischauen. Der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und dort gerne mal ein kostenloses Abo dalassen. Ja, dann sagen wir ihm einfach mal in der Hinsicht Danke. Also, Leute, checkt das gerne mal ab. Und ich würde sagen, wir starten jetzt ins erste Game. Leute, in wenigen Tagen ist es soweit. Die Golden Scheißboxer-Box kommt endlich in den Shop. Und Alter, ich habe so auf diesen Moment gewartet. Es ist einfach mega, mega krass. Und zwar am 1.4. um 15.15 Uhr kommt diese Box auf www.scheißboxer.shop online. Ja, ich mache sie jetzt einfach mal auf. Ich erkläre euch da kurz, was drin ist. Zack, die hat erstmal so einen Magnetverschluss. Also sehr, sehr hochwertig schon mal. Fühlt sich auch echt nach was an. Ist jetzt nicht nur so ein Papierding. Und hat natürlich hier das krasseste Highlight. So eine richtig geile glänzende Goldfolie vorne drauf. Deswegen, der Style von der ganzen Box ist eben Gold. So, dann machen wir die Box einfach mal auf. Let's go. Zack, und wir haben hier jetzt schon alle Sachen drin, die auch in der Box drin sein werden. Und zwar beginnen wir mit dem Schlüsselanhänger. Das ist der hier. Zack, wenn ich das mal scharf stellen würde. Let's go. Genau, so sieht der nämlich aus. Richtig, richtig nice. Richtig hochwertig. Alles aus Stoff. Und genau, der ist auch beidseitig bedruckt. Also auf der anderen Seite hat er natürlich auch das Logo drauf. Das ist jetzt natürlich verkehrt rum. So natürlich. Zack. Und da kann man einfach im Prinzip seinen Schlüssel anhängen. Das habe ich jetzt hier schon gemacht. Also richtig, richtig coole Sache. Ja, dann weiter geht's mit... Moment. Ja, Golden Ticket. Natürlich auch, wenn man Glück hat. Aber erstmal das Sticker-Set. Und zwar bekommt man insgesamt neun Sticker hier in der Box. Und zwar in verschiedenen Farben. Zack, zack, zack. In Goldfolie und in Silberfolie auch. Hier nochmal der direkte Vergleich. Gold und Silber. Sieht auf jeden Fall auch sehr, sehr nice aus. Die kann man dann überall hinkleben. Dann bekommt ihr eine von drei Autogrammkarten in eurer Box. Die sehen jetzt so aus. Also da gibt's einmal den hier, der Boxer, der badet in der Goldbadewanne. Dann den hier, der Boxer im Fitnessstudio. Und den hier, der Boxer auf dem Thron. Dann habt ihr noch in jeder Box eine Powerbank drin. Und zwar eine ziemlich kleine Powerbank. Ziemlich handlich. Und die ist natürlich graviert mit Scheißboxer. Also sehr, sehr hochwertig auf jeden Fall. Und ja, damit kann man dann im Prinzip einfach sein Handy ein bisschen laden. Ist auf jeden Fall auch ein nices Gadget. Jetzt sag ich schon Gadget. Naja, auf jeden Fall. Wenn ihr noch sehr viel Luck habt, bekommt ihr in eurer Box ein Golden Ticket. Und zwar, Leute. Diese Tickets gibt es zehnmal in 1500 Boxen. Das heißt, wenn ihr so eines in eurer Box bekommt, gewinnt ihr direkt 2000 Gems in Brawl Stars. Auf dem Ticket steht dann drauf, was ihr genau tun müsst, um das einzulösen. Und zu guter Letzt, Leute, haben wir natürlich ein T-Shirt, was dann ohne Plastikfolie in eurer Box kommt. Damit wir natürlich die Umwelt ein bisschen schützen. Ihr wisst Bescheid, Leute. Ne, auf jeden Fall. Ja, kommt wirklich ohne Plastikfolie. Aber bei mir ist es jetzt eben noch in der Folie drin. Ja, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Das ist das T-Shirt der Golden Scheißboxer. Und das ist auf jeden Fall so die Box. Die Box kann man sich easy dann auch irgendwie hinstellen. Da kann man auch noch irgendwelche Sachen drin lagern. Die ist überall innen auch bedruckt. Sehr, sehr krass gemacht auf jeden Fall. Und ich glaube, im Regal macht es sich die auf jeden Fall ganz gut. Wenn ihr so eine Box haben wollt, beeilt euch wirklich beim Release. Seid wirklich um Punkt 15 Uhr 15 drauf am 1.4. auf www.scheißboxer.shop. Und ja, wie gesagt, wenn ihr safe eine haben wollt, dann solltet ihr euch wirklich beeilen. Weil die letzten Sachen waren immer so schnell weg. Aber, falls ihr die Boxes nicht bekommen solltet, habt ihr auch noch die Möglichkeit, das T-Shirt inklusive einer von den drei Autogrammkarten zu kaufen. Und das gibt es dann auch nochmal 1500 Mal. Aber dann ist wirklich alles, was an Autogrammkarten und limitierten Sachen drin ist, erstmal weg. Und dann können die, denke ich, vielleicht auch schon auf dem Mainz oder spielen. Und dann passen. Nice. Oh. Gang, gang, gang. LOL. Was? Wollte ich nicht mal. Ich wollte ihn dir wegschmeißen, dass du durchschießen kannst mit deinem Trickshot. Geil, Alter. Ich wollte ihn mit meiner Ulti wegschmeißen. Ich nutze mein Gadget eh zu wenig. Wow. Wow. Oh. Was? Der hat, der war doch hinter der Linie gerade, hast du das gesehen? Geh mal weg von der Wand. Geh mal weg von der Wand. Nein, der hat die Wand ja weggefetzt in dem Moment. Lol, aber der war doch gerade schon hinter der Linie, Alter. Leute, ich habe meinen Namensbruder gefunden. Und zwar heißt der einfach auch Pukki. Sau geil, warte mal. Ich hoffe, der rasiert gleich mal. Der Skorp hat. Du hast einfach so viele Faker, hey. Selbst in meinem Clan ist ein Pukki. Nice. Ja, das ist echt crazy. Nein. Hä? LOL. Oh mein Gott. Oh yeah, rank 23. Es geht voran, Leute. Nice. Leute, wir haben den nächsten Pukki gefunden. Was geht, Pukki? Schau. Ich bin das sicher. Es bin sich. Oh mein Gott, Leute. Das gibt es halt einfach nicht, ne? Das ist so lustig. Der zweite bis jetzt. Wir müssen echt den Pukki-Counter ein. Oh lol, der Bär. Wir müssen den Pukki-Counter einführen. Nice. Okay. Jetzt schon mal auf Ragen. 24, äh, 700 Pokale ist jeder auf jeden Fall voran. Und Anubis ist auf jeden Fall der beste Spieler der Welt. Anubis ist genau über mir. Oh yeah, ehre genommen, Alter. Hui. Der war nicht schlecht. Der war nicht schlecht. Ja, wirklich Andy, Mann. Bitte, wieso wastest du dafür deine Ult? Weil es perfekt war. Das war echt gut, war echt gut. Oh, warte mal. Ich bin auf Rang 25. Ja, krass. 750 Pokale, 400 Star-Punkte gibt es da oben drauf, Leute. Kann man machen. Schmeckt auf jeden Fall. Leute, Star-Spieler, 799 Pokale plus 8 gibt es nochmal und somit Rang 26 erreicht, Leute. Sehr nett. Uwe, dann bei vorne. Oh ja, moin. Da liegt er genau auf der Linie. Ja, ist schon ein schönes Geld. Mal gucken, ob das was wird. Ich glaube nicht. Oh, geil. Ja, krass, Alter. Wow, ja. Der Crash-Camp ist auch gekonnt. Danke. Hab ich. Nein, doch. Oh, ja. Alter, der war direkt auf der Linie. Jawohl. Haha. Let's go, Digga. Ja, let's go, nice. Ja, das war das. Kampel. Warum hab ich nicht reingemacht, Alter? Hätte ich links schießen sollen, passen sollen. Würde es einfach passen sollen. Wie? Junge, Fuki. Star-Spieler. Hier hast du eins gegen drei gemacht, gerade. Das würdest du gerne wissen. Ich hab mein Gadget gezündet, das Ganze, was ich hatte. Bin durchgerannt, hab's, hab ich vorbegezogen. Junge, das ist halt... Alter, wenn die wissen, Junge, die haben sich einfach für die Weltwirtschaft qualifiziert. Dann kommt irgendwie so ein YouTuber daher. Irgendwie so ein YouTuber. Alter, Junge. 30.000. 32.000. Und 31.000. Alter, ja, moin. Ich hab so Angst, Alter. Ich hab so Angst. Ja, ich hab G. Oh, yes. Schöner Schuss. Holy. Wie satisfying das Game. Wer weißt, der geht jetzt gleich rein. Du musst nicht nervös sein. Oh, direkt Game. Okay. Oh nein. Okay, Achilles an Bentley. Oh. Ja, können wir direkt aufgeben, bitte? Nein? Jetzt. Kannst... Ich lege, ich lege. Ich lege. Bitte nicht. Ich will dir zeigen, was abgeht. Das Boxer-Army-Glück ist bei euch. Danke dir. Ich bin so konzentriert, ich kann nicht mal Anubis sagen, ich sag Ding. Wenn du wieder Gadget hast, schönes Gadget schießt. Kannst du vorpushen, bitte? Ja. Oh, Junge Pookie, die dodges. Leider kein Gadget mehr übrig, ich hab's gerade gewastet, das war ein bisschen dumm. Alles gut. Q-L-S-Q-L-V-G-X, da verdient jeden Brawler auf 35. Jaja, das ist ein sauguter Spieler. Kein Problem für Boxer. Ey, ich hab noch ein Gadget! Leu, ich hab's! What the fuck? Zu Null, Alter! Boah! Fuck, Alter! Ah, das hab ich schon gemacht! Wird auf Toxiken hochgeladen. Warte mal! Warte mal! Warte mal! Warte mal! Jo, hell, Mann! Ne, du bist ein Video, du kannst jetzt jemanden grüßen. Ja, grüß mal wen. Äh, alle. Das ist ein Nutsch. Ja, ähm, aber den Tobi und Moritz, ja, keine Ahnung. Okay, grüße genauso, Tobi und Moritz. Weiter geht's, let's go! Ne. War auch so. Oh! Eine Asche. Sehr starke Spiele gemacht. Ja. Yes. Was macht Marvel da unten eigentlich? What the fuck? Oh! Ich hab's! Und mein Wecker geht! Ich muss den Gewinner auslosen. Gewinnspiel. Jo, danke! Dann machen wir das mal. Ich zittere im ganzen Körper. Ach du Kacke, warum das? Bist du Österreicher oder bist du... Ja, ist das safe. Geil! Nice one. Wow! Ich hab... Machst du die Mitte auf? Mitte auf, bitte. Oh nein, du musst die Mitte aufmachen. Hab ich nicht, oder was? Ich hab eigentlich die Mitte angeaimt. Dann hat's... Ja, alter! Keine Ahnung wie. Wir müssen noch safe spielen. Die haben dann keine Chance. Ja, ich hab sie jetzt. Ich hab die jetzt so, äh, zurückgedrängt. Einer Ball bitte holen. Das. Meins! Haha! Oh nein! Nice! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wow! Ja, jetzt, äh, kannst du die Ulten oder so? Ja. Sehr stark schöne Ult, Pookie! Das war ziemlich stark! Einfach beinnehmend durchlaufen. Einfach durchlaufen. Okay. Okay. Zwei Stunden später. Okay, Leute. Wir haben jetzt nach Ewigkeiten, äh, zu Duo Showdown geswitcht. Ähm, jetzt bin ich hier mit High First am Start. Und ich hoffe, das läuft jetzt hier besser. Also, wir haben's schon bemerkt. Die letzten Games ist hier Duo Showdown auf jeden Fall sehr, sehr gut im Brawl Ball. Ey, wir hatten wirklich die krassesten Schwitzer. Es ging so gar nicht voran. Also, wir haben locker, äh, heute, beziehungsweise gestern und heute schon, ja, vier, fünf Stunden gewastet. Ähm, und sind von 850 einfach null vorangekommen. Jetzt, äh, mit Duo Showdown läuft's auf jeden Fall besser. Und das wird jetzt die Runde, wo wir hoffentlich die 900 knacken. Let's go! Oh, ne 10er Leon geholt. Stark gesagt, Alter. Geil. Und das war's, 900er. 900 ist da, Digga. Nice. Endlich, Digga. Oh mein Gott. Also, das werden von Anfang an Duo Showdown machen müssen. 904 Pokale, Rang 28. Let's go, der Hase. Gut, denen reicht der zweite Platz wohl. Nice. Nice. Huiuiui, ey, geil. Schade. Ich würde das anmachen. Ich würde das anmachen. Weil die nicht ernsthaft war, dass er das Video gemacht hat. Nice. Endlich, Rang 29. Nice. Schau, gönn dir. Okay. Das waren die ernsthaft. Waren die das? Ja, das waren das. So, ja, warte mal. Ich begrüße ihn raus an Emil und Martin. Wir haben euch gerackt. Haha. Oh. No. Gut, zweiter. Das war mein einziges Ziel. Alter Junge, das war aber richtig knapp. Das war so knapp. Ich stelle lieber ein bisschen aus, hatte ich das Gefühl. Oh, sehr stark. Sehr, sehr, sehr stark. Hat noch Geld schon gewesen. Das ist ein Team. Das ist eine sehr gute Frage. Ja, rechts ist noch das sechste Team. Der Sechster Crow, da habe ich ein bisschen Respekt, weil ich lebe noch fünf Teams. Ein bisschen Risky. Oh, ja, ja, doch. Sehr gut. Ich kann im Next holen. Komm, komm, komm. Mach auf den Crow. Mach auf den Crow unten. Mach auf den Crow unten. Nice. Aber egal. Safe, safe. Ja, hast du recht. Ja. Ja, ja, ja. Kannst du da mal rübershooten? Ja, ja, okay, rein. Ich hätte reingeboostet, war gut. Kommst du raus? Nee, oder? Doch. Und ich habe sogar noch den Kill geholt, aber leider die Cubes liegen lassen. Okay. Gehen wir runter? Komm runter, komm runter. Ich habe hier noch einen Power-Up gewollt, ja. Oh, leul. Und da ist Barley auch. Ja, aber können wir preschern. Zwei Barleys! Das ist Double Barley. Okay, okay. Dann müssen wir auf jeden Fall Pressure machen. Habt ihr einen Barley? Ja, ich habe den anderen. Da unten muss ich Shelly. Ja. Ja, Shelly. Genau. Ich verwechsel die zwei aber auch immer. Shelly, Jessie und dann rutscht manchmal was raus wie Jesse oder Jelly oder sowas. Nice. Ja, GG's. GG, Alter. Geile Runde. Nice. Okay, 89. Nice, nice. Geh auf die zwei hier unten. Okay. Ja. Dann muss ich mal das Gadget nutzen. Ja, genau. Aber ey, ist ein guter Trade. Einmal Gadget gegen zwei, also für zwei Cubes. Ja. Kommt auf jeden Fall. Kill den. Nice. Ja, ja, ich habe gewusst es wird Klaus aber. Ja, der respawnt jetzt. Schade. Lol. Wir lost. GG. Boah, Digga, zwei Runden noch, Alter. Let's go, Alter. Ja. Holy moly. Lass mal schauen. Ich sollte einen 1 bekommen. Leon. Und... Leon, Pam. Nice. Und wenn es dann die Pam, die können ja noch hin. Ja, ich wollte nur einen großen Bogen laufen, ein bisschen regenerieren. Nice. Mach gleich Speed Pinguin. Wir bleiben. Wir bleiben drin. Wir bleiben drin. Respawn gleich von dem... Ja, ich weiß. Aber die wird zugebringt. Von beiden Seiten hier. Au, 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 au. Komm zu mir. Komm zu Papi. Nicht, dass der dich jetzt überraschen will hier. Ne, ne, ne. Du dann nicht, du dann nicht. Ja, geil. Ja, GG, Alter. Easy. Aber wir bleiben drin, Digga. Wir bleiben drin. Wir bleiben drin. Ich hab... Ich hab keine Angst vor dem Dale. Ich auch nicht. Vor allem, wenn der so lost ist und nicht mal auf sich drauf boostet. Dude. Was hab ich gesagt. Let's go, man. GG. GG. Ein Game noch. Es reichen jetzt sogar sechs Pokale, ne. Also, wenn wir Zweiter werden, genau da sind wir eine Punktlage. Oh, Braulti. Und G. Wie epic ist das denn? Super. Aber ich hab kleine Legs. Hast du ein kleines Lado auch? Ne. Okay. Da ist ein Boxer und eine Biene. Die werden schon gepusht. Da können wir vielleicht nicht drin bleiben, ne. Ja, ja. Biene ist. Da musst du natürlich ein bisschen aufpassen, aber den kannst du holen. Ja. Ja. Oben ist noch ein Kahl und ein Dönermark. Na gut. Ist der Box hier noch hier drin? Weißt du das? Das weiß ich nicht. Für den Kack-Spawn haben wir auf jeden Fall gut. Dann geh mal hier vor. Hier. Und da. Ja, okay. Lass dich. Ich würd aufpassen, dass wir nicht von unten gleich geholt werden. Ich guck mal da hinten, ob da eh niemand kommt. Nimm ich Pusht und Dönermark. Hier, okay. Jetzt zieht er. Digga, wie episch. Ich hatte in nem ganzen Video, in nem ganzen Pushtkei mal BrawlTV. Und jetzt in der letzten entscheidenden Runde. Ja gut, wir spielen halt beide über 900. Das ist ja schon. Ihr habt die ganze 900er Runden kein BrawlTV bekommen? Ne. Jawohl. Kann das gut. Ja, die töten sich alle. Das ist ja perfekt, ey. Habe ich kein Problem damit. Ja, grüner Mike mit Ulti ist jetzt nicht ganz überartig. Wie weißt du? Ja, ja, ja. Wie viel hat der? Ich seh gar nicht. Zehn. Zehn. Uf, 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 uf. Ne, ne, nix riskieren, nix riskieren. Das ist ein geschenkter Tausender. Let's go. Okay, ich bin nicht, bin ich. Wir machen genau die Tausender. Oh mein Gott, Digga. Loil, ich hab das echt noch hinbekommen. Zu heftig. Sau stark. Wir haben auch fast alles gewonnen. Digga, wir haben, Tobi, wir haben gerade richtig gut durchgezogen. Leider, fertig geschafft. Ja, du kannst mal auf den Angriff, du kannst noch mal hier das Pub-Shot zeigen. Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott, die Tausenden da, dann machst du auch ein Skinshot für Insta. Digga, das, das ist schon eine Lüte. Ja, mach das mal. Let's go. Genau eine Punktlandung auf genau 1000. Perfekt. Besser hätt's gar nichts sagen können. Und schau jetzt noch einen Kampf-Log an. Ja, guckt euch mal den Kampf-Log an. Wir haben gerade wirklich, Digga, 3, 4, 5, 5. Digga, ich mach auch noch ein Video. Ich sag die ganze Zeit nicht gleich. Was? Was guckst du? Also, okay, wir haben, man muss schon sagen, wir haben schon krass rasiert. Wir haben nur gewonnen eigentlich. Ja. Also, jetzt vor allem die letzten Games, auf jeden Fall sehr, sehr geil. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei allen, die dabei waren. Unter anderem natürlich an Tobi, könnt ihr gerne mal abchecken, ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Emil war ja auch am Anfang dabei. Könnt ihr auch gerne abchecken. Und HiFirst gerne auch mal abchecken. Sind alle unten in der Videobeschreibung verlinkt. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Lasst ein kostenloses Abo da. Und wir sehen uns. Bis dahin, haut rein. Und ciao, ciao. Ciao, ciao.